Und willkommen zurück zu let's play emergency von last haben wir stehen geblieben und ja uns für immer noch 800.000 film scheiß helikopter mit dann auf die bohren soll jetzt gefordert mir graut wobei habe ich jetzt bei der repubahnheit wird sein dass auch gedacht in einem gebäude hat sich eine gasexplosion ereignet löschen sie alle brände wenn nötig kümmern sie sich um alle folgeschäden verstanden dabei in ordnung auch noch mit zu und ist schon was das war dabei aber lieber und ich muss nur die rolle runter machen so der rettungstransportwagen bringt das opfer zur krankenstation schon besser so ja verstanden Okay. Eins, zwei. Wir werden Feuer dann. Ah, hier, der Fall ist es. So, dann wird Schleifen ausrüsten und... In Ordnung. Wird gemacht. So. Jawohl. In Ordnung. Bin dabei. Schleifen ausrüsten, bitte. Der Feuerwehrmann kann keinen feinen Hydranten in der Nähe des Ziels finden. Sofort. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Was geht's? Kein Problem. So, auch mit Schleifen ausrüsten, bitte. Verstanden. Sofort. So. Jetzt. Savat. Ist in Arbeit. So. So. Bin bereit. Wird gemacht. Erst. Sofort. Bin bereit. Wird erledigt. Okay. So. Was gibt's? Wird gemacht. So. Zuh. Ja. Ja, passt auch hier rein. Das ist ein hoffaarer Mann, ok. Sollt ihr einsteigen? Sex, Brenner. Notruf. Brand aus oben in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Wird erledigt, verstanden. Was geht's? Alles klar. Erwarte Befehle. Alles klar. Dann gucken wir mal, jetzt hier die, ähm, Nachtsachtsche wie heisst es, den, äh, Häuseband kriegen. Das muss jetzt Bohrinsel sein, wenn er jetzt Helikopter kommt, dann muss es ein Bohrinsel Einsatz sein. so und da gibt mir zum rest jetzt glaube ich berlin das auch schon auf die letzte stadt endlich mal vermute ich mal so gemacht so wollen so wetten aber das sagt gut okay das ist nicht gedacht so jetzt überhaupt nicht gedacht wo war das okay damit hätten sie überhaupt nicht gerechnet eine überschwemmung hat wohngebiete im westen hamburgs überflutet einige einwohner konnten sich auf häuser dächer retten und benötigen hilfe mehrere personen drohen zu ertrinken fahrzeuge sind versunken und müssen geborgen werden aufgrund der katastrophe wurde die ölplattform beschädigt und droht zu explodieren ölteppiche haben sich auf der wasseroberfläche gebildet und brände sind ausgebrochen okay retten sie alle opfer und verhindern sie die explosion so orange hier so dann brauche ich und dann brauche ich so alle kapazitäten die schade hier hin in ordnung wir sollten ein motorboot einsetzen um ertrinkende personen aus dem wasser zu retten ein feuerwehrtaucher kann ertrinken da auch ein land bringen benötigt jedoch länger und kann nur eine person transportieren wird erledigt mit einem bergungs helikopter können wir die personen die sich auf häuser dächer gerettet haben sicher an land absetzen wir sollten so schnell wie möglich die verletzten unter ihnen retten bevor diese zu schwach werden und sterben ja wir benötigen einen feuerwehrtaucher mit dem wir nach versunkenen fahrzeugen tauchen können wir sollten ein transportfahrzeug mit taucher anfordern höre was geht's wird gemacht und alle auf dem weg ein moment bei viele luftblasen mit ihr bitte ein feuerwehrtaucher kann an flachen ufern ins wasser gelangen um an stellen mit aufsteigenden luftblasen nach versunkenen fahrzeugen alles klar das geht's wird erledigt okay bin bereit so bin dabei wo ist der feuertaucher wird erledigt wird erledigt bin bereit ist in arbeit bin bereit bin bereit bin bereit bin bereit Ja? Kein Problem. Bevor wir auch mal ein bisschen beraten, etwas ein wenig Sorgen. So. Höre! Sofort! Höre! Okay! Wird erledigt. Der Feuer ist gleich erledigt. Zumindest hier die Bohrplattform. Ja? Die Bohrplattform steht in Flammen. Wir sollten die Brände sofort löschen, damit sie nicht explodiert. Wird gemacht. Bohrplattform steht im Moment nicht in Flammen. Vergessen Sie nicht den Rettungshelikopter einzusetzen, um versorgte Opfer schneller ins Krankenhaus zu befördern. Der Rettungshelikopter transportiert außerdem einen Notarzt und ein Sanitäterteam. Höre! Äh... Wird erledigt. Ich muss am Feuer habe ich eingemassbar unter Kontrolle. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Das Objekt muss mit Hilfe des Klagefahrzeugs an Land gehoben werden. Ja, super. Der Eifahrzeug hätte ich natürlich jetzt. Alles klar. Bin bereit. Hm. Ah, die hat keiner. In Ordnung. Auf immer sind die Feuer unter Kontrolle. Wo ist das Rettungsboot jetzt? Was geht's? Verstanden. Höre. Kein Problem. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Bin dabei. Höre. So. Bin bereit. Achtung, wir müssen als trinkende Person so schnell wie möglich mit dem Motorboot oder einem Feuerwehrtaucher an Land bringen und versorgen. Sie sind bereits sehr schwach. Ist in Arbeit. Was geht's? So. Zu Befehl. Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Wird erledigt. Höre. So. Okay. Okay. Das geht's? Alles klar. Das geht's. Kein Problem. Ja? Ist in Arbeit. Zu Befehl. Was geht's? Bin bereit. Erwarte Betriele. Bin bereit. Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Höre. Wird gemacht. Ja? Sofort. Höre. Höre. Ich habe ein Philipp auch für das. Okay. Höre. Bin dabei. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Frontstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Das Objekt muss mithilfe des Bergefahrzeugs an Land gehoben werden. Was geht's? Zu Befehl. So. Bin bereit. Bin bereit. Zu Befehl. So. Bin bereit. Jawohl. Was geht's? Alles klar. Bin dabei. Alles klar. Wird gemacht. Was geht's? So, da kannst du die Typen noch retten. Wird gemacht. Aber dieser Einsatz hat mich absolut überhaupt nicht gereicht. Was geht's? Unser Taucher hat nichts im Wasser gefunden. Erwarte Befehle. Jawohl. Ist in Arbeit. Bin bereit. Verstanden. So, alle Verbrennungen sind gelöscht. Wunderbar. Was geht's? Jawohl. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was geht's? Was geht's? Bin bereit. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. In Ordnung. Was geht's? Bin bereit. Verstanden. Wir sollten uns einen genauen Überblick über alle Opfer verschaffen und zuerst die Schwerverletzten versorgen. Wenn zu viele Opfer sterben, wird der Einsatz scheitern. Höre. Ist in Arbeit. Bin bereit. Unser Taucher hat unter Wasser ein Objekt gefunden und über der Fundstelle eine Boje auf dem Wasser gesetzt. Das Objekt muss mithilfe des Bergefahrzeugs an Land geholt werden. Höre. Geh mal hier. Wird erledigt. Höre. Ist in Arbeit. Jawohl. Was geht's? In Ordnung. Zu Befehl. Ja. Verstanden. So. Erwarte Befehle. Ich bin bereit. Verstanden. Vielleicht einmal laggen. Höre. Höre. In Ordnung. In Ordnung. Ja. Erwarte Befehle. Bin bereit. Hier rüber. Der Timer. Ich weiß. Aber das heute noch mal eine längere Folge. Bin dabei. Was geht's? Jawohl. Die Leute noch ab hier. Erwarte Befehle. Höre. Sofort. So. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. In Ordnung. Was geht's? Wird erledigt. Was geht's? Monat. Ja. Sofort. Jawohl. Erwarte Befehle. Wird erledigt. So. Höre. Wird gemacht. Was geht's? Wird erledigt. Was geht's? Höre. Höre. Bin bereit. Zu Befehl. Was geht's? Ja komm, nimm doch ein Zeichner hier. Sofort. Sofort. Erwarte Befehle. Was geht's? Kein Problem. Höre. Zu Befehl. Höre. Alles klar. Wollt ihr das verstehen? Okay. Ja. Bin dabei. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Jawohl. Was geht's? Höre. Höre. Ja? Oh. Höre. Bin bereit. Wird erledigt. Alles klar. Ja? Wird gemacht. Nur einfach. Bin bereit. Wird erledigt. Zieh mir den mal gerade weg einfach. Bin bereit. Kein Problem. Geh mir den mal gerade weg. Kein Problem. Höre. Wird gemacht! Was geht's? Bin bereit! Kein Problem! Dammter Hacker! Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Station in der Basis. Was geht's? Kein Problem! So... Was geht's? Sofort! Erwarte Befehle! Verstanden! Erwarte Befehle! Kein Problem! Jawohl! Was geht's? Alles klar! Bin bereit! Verstanden! Hören! Bin dabei! Ein Typ gestorben! Sofort! Was geht's? Verstanden! Hören! Zu Befehl! So... Höre! Was geht's? Ich kann euch mal fahren dagegen hier... Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis! Er schreibt die gar nicht auf, dass wir müssen die Autos... Was geht's? Was geht's? Alles klar! Erwarte Befehle! Zu Befehl höre! Wird erledigt! Bin bereit! Bin dabei! Naja... Gut... Taucher habe ich ein bisschen geschlafen, sag ich mal... Jawohl! Ja... Einer... Erwarte Befehle! Sofort! Höre! Na gut... Na gut... Beim nächsten Mal vielleicht... Ich bin bereit! Ja... Was geht's? Jawohl! Was geht's? Alles klar! Sehr gut! Einsatz erfolgreich abgeschlossen! Ein Tipp! Versuchen Sie immer den Überblick über alle Verletzten... Naja... So ist die Gefahr geringer, dass einer der Verletzten stirbt! Ja... Passiert... Mein Gott! Heute beginnt ein neues Volksfest in der Stadt! Aha... Naja... Aber erst der nächste Folge von... Let's Play... Ähm... Mörder... 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 Schau morgen wieder ein! Bis dahin! Ciao!